Willkommen zum X-Tipp Spieltagstipp. Mein Name ist Manuel Haas und ich bin Felix Friesleben. Fangen wir gleich mal an mit der ersten Partie. SV Kriftel gegen Türk Hattesheim. Das wird ein klares 2 zu 1 für Kriftel. Germania O. Kriftel gegen Nassau Dienbergen. Da tippe ich ein 2 zu 2. Alemania Nied gegen SG Wildsachsen. Das wird ein 3 zu 0. Schwalbach gegen die SG Kelkheim. Da tippe ich in Schwalbach auf ein auch 2 zu 2. Ruppertsheim zu Hause gegen Bad Soden. Aus meiner Sicht ein unentschieden 1 zu 1. Dann SV Salzheim 2 gegen BSC Kelsterbach. Da tippe ich auf ein knappes 1 zu 0. Und das Freitagsspiel Tuss Hornau gegen Oberliederbach 2 auch ein unentschieden 2 zu 2. Dann noch zum Abschluss unser eigenes Spiel in Lausbach. Da tippe ich auf ein 1 zu 2. Also 2 zu 1 für die SG Bremtal. Vielen Dank.